Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und wir haben jetzt hier noch zwei Päckchen. Das ist was größer, was schwerer. Da wird mehr drin sein. Deswegen werden wir erstmal die Tüte hier aufmachen. Bin ich mal gespannt, was da drin ist. Weil hier steht auch kein Absender. Hier steht nur, dass es halt Priorität ist. Please, Post Niederlande und dass es zu mir kommen soll. Also von daher, ich habe keine Ahnung. So. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Ich glaube, ich weiß. Es wird doch kein Vor-Unboxing, es wird gleich ein ganzes Unboxing. Hardware mache ich denn im Laufe der nächsten Tage dazu. So und zwar haben wir hier so einen Haken. Dann haben wir hier das Gerät. Dann haben wir hier noch mal eine Anleitung. Wir haben hier zwei Kabel und das war doch schon. Dann können wir hier auch mal die aus der Folie rausholen. Das ist eine Box für unterwegs. Da können wir dann, wo war das? Hier oben. Hier haben wir so ein Metall. Da können wir dann den Haken drin machen. Das werde ich jetzt auch gleich mal machen. Und dann ist der Haken da drin. Dann kann man sich das irgendwo anhängen im Zelt oder was weiß ich. Hier haben wir ein Drehrad. Das werden wir alle dann später im Hardware Video machen. Sieht auch wasserdicht aus, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es jetzt wasserdicht ist oder so. Bluetooth 3G. Da bin ich echt mal sehr gespannt. Und ich habe hier auch noch Kopfhöreranschluss, also so Kopfhörerkabel. Die sind mit bei. Und USB logischerweise zum Laden. Jetzt müsste ich nur wissen, wo da das ist. Ach hier. Hier haben wir so eine Buchse. Ah hier. So. Mal zumachen. So. Das nehme ich so zu. Das ist ein Wasserschutz. Können wir hier aufmachen. Und da drunter ist Kopfhörer, Micro-USB und eine SD-Karteneingang, so wie es aussieht. TF. Ja, sieht aus wie eine SD-Karte. Mini-SD-Karte. Okay. Da werde ich dann, muss ich erst mal wieder Musik auf mein Handy machen. Da werde ich dann die nächsten Tage ein, ja, ein Hardware Video zu machen. Da werden wir das uns mal dann genauer angucken und benutzen. Solange packe ich das hier nochmal wieder ein. So. Das auch darauf. So. Und das kommt dann in den nächsten Tagen, kommt dann Archer. Da werden wir das nochmal auspacken im Hardware Video. Erstmal habe ich es jetzt hier ausgepackt, lege es hier rüber und dann machen wir das. Ich muss aber erst mal Musik auf mein Handy machen, weil so bringt das nichts. Ja, das war erstmal das kleine, schnelle Unboxing und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Hardware Video wieder. Nicht wundern, dass ich da einen anderen Pullover habe. Das mache ich nämlich an einem anderen Tag. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. Vielen Dank.